das weißt du was Hammer ist Werkzeug er braucht doch jetzt nicht lange bis er zündelt der Nürnberg die Emission schon markiert jetzt er braucht es um Ticke noch Zeit holen Äh, wo finden wir eigentlich diese blöden Schumponja, ey? Keine Ahnung. Ich kann nur was lieben, ne? Ich wollte Waffen reparieren. Stimmt. Wo? Wo? Da, warte, 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 komm, folge mir, folge mir, folge mir. Ich hab da nur gesammelt. Hier rein. Boah. Ja, ich will die, äh, Sichel. Die ist bombig. Oh, ich hab mal geschafft, alles zu reparieren. Bauplan. Molotow. Yeah. Schocker. Deo-Bombe. Kann eine Deo-Bombe passen. Das brauch ich nicht. Wep, wep. Oh. Das ist Strom. Was? Was, Strom? Ich weiß. Nicht nur da. Hä? Ja auch. So kann ich das nicht. Ja auch. So kann ich das nicht. Ähm, musst du gucken. Bauplan Schocker. Was dir da fehlt? Klebeband. Ein Klebeband fehlt mir. Warte, 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 vielleicht hab ich Klebeband. Mal handeln. Äh. Abgeben. Warte mal. Äh. Da, ja. Ich hab Klebeband. Da hast du. Äh. Äh. Akzeptieren. Bitteschön. Danke. Äh. Ich muss aber gucken, welchen war hier denn. Ich bin dafür. Wie abgelehnt. Hast du jetzt? Warte kurz. Nimm mal einfach die, die du in der Hand hast. Ich hab zwei, äh, ich hab verschiedene. Da, das ist die Grund, das ist Schnee. Ja. Ne, Klebeband immer noch nicht. Komm, nochmal. So, Klebeband, gebe ich dir jetzt zwei Stück. Handeln bestätigen, ja. Hast du's jetzt? Bestätigen, yeah. War erfolgreich. Ja, gut. So, jetzt hast du's, jetzt kannst du. Äh. Ich hab keine Waffe zum Motto. Wie? Doch, Mahit. Stopp. Das hat nicht genug Geld. Wie viel fehlt dir? Ich geh, guck, ob ich verkaufen kann. Genau. Dies is good luck. Motorteile? Ich hab gerade Motorteile aufgesammelt. You find anything? Motorteile. Ja? Woah. Don't be... Ach so, wir soll... Ach. Wow. Ähm. Die Quest, die du machen willst, das ist, wenn wir mal im Dschungel sind, wo wir eben waren. Ja. Da hätten wir das Flugzeug... Sehen, finden... Können. Okay. I've got all kinds of stuff here. Ja. Ich such bestimmt jetzt nicht die ganze Insel ab wegen diesem Kack-Flugzeug. Äh, toll. Ja, Hauptmission. Geheimnisvoller Transport. Komm ran hier. Warte. Warte. Ja. Och, nö. Was ist? Ich hab wieder ein Jimbo hin. Yeah. Man vergisst das aber auch immer. Ja, nicht schlimm. Genau. Warte. Ähm, kommst du ran, weil ich sehe einen Mann in dem Badehantuch. Was? Kein guter Armblick. Was denn? Ja, komm rein. Ach so. Hä? Ist das Badehantuch oder eher eine Hose? Auch von weitem sei das aus dem Badehantuch. Ehe Was? Und? Baaaam! Ja! Du nimmst direkt wie alles mit! Ja, wo auch mit Absicht! Ja! empfiehlichkeitspunkt ich will dir was ja ich brauche definitiv zwei extraplätzen r wenn ich den nächsten pfp-pischkeitspunkt kann Schlösser knacken ja das sollte vielleicht mal einer von uns machen und Ausdauerrate können wir höher machen ja das will ich machen weil mir geht das definitiv voll auf den Zeiger kannst du auch nur bis 30 Prozent höher machen reicht schon ach wir müssen wieder hoch zu dem Typen was wollte ich jetzt vorher noch machen was wollte ich vorher noch machen was wollte ich vorher machen weiß ich nicht wenn ich gar nicht richtig so Ausdauer 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 werden betrunken ach nee du hast doch einen anderen Charakter das ist ganz anders ja ich hab hier aber auch irgendwas mit Ausdauer gut so Level 15 klar ich warte nur auf dich dass du in den kreis des vertrauens kommst das ist ein großer und das ist ein großer, kräftiger aber wir müssen es in einem blöden Tank wir müssen es zu verhindern und es zu verhindern und es zu verhindern bist du auf das? äh ja da ist ein Arbeitsplatz nicht weit von der Lichter du kannst was du da brauchst du wirst du wirst du wirst du wirst die Mechanik noch nicht dann oder wir müssen jemanden finden wir müssen jemanden finden was machen wir wir müssen die Mechaniker suchen was sind wir? äh immer noch nicht nö willst du Alkoholfleischern haben? nö ich hab genug ich brauch den nicht echt? den gibt mich ähm geh mal Alkohol her damit du benutzt eh keine Monotops also Alkohol und Monotops her damit das andere wollte ich nicht äh äh die Batterie kannst du und die Motorteile kannst du behalten jaja aber ich kann nichts zurückgeben ähm gut jetzt bitte nur Alkohol und den Monotops Dankeschön ja bitte bitte ich verdrück mich immer ja hab ich auch so so der Hammer kann man weg muss ein Auto fahren setz ihn schon mal ähhhh die 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 ähhh ähm ein rechter rechter Platz ist frei Moment Moment ich wünsche mir den Juro her der ist da der ist da der ist da der ist da muss ich auch mal gucken so ab alles ja alles gut hallo hallo ihr Mann mit deinem komischen Pokémon-Rucksack du nein nein komm wir gehen jetzt auf Pokémon Go suche ja warte ich schmeiß mal Handy an n ne Scheiße wir können das laufen wir fahren mit dem Dicken wir fahren mit dem Dicken ja ich will einsteigen andere Seite ach wir sehen ja hier einen Linksverkehr das dann steig halt hinten ein hab ich besser in Sicht na klar ja Pancha 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 ich kann nicht mal hinter uns was da ist da ist nix ich hab ich nur die Sinne des Mannes brauchen wir bei diesem Panzer nicht Auer 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 Auerkarte und hat hier so gut das war der Zombie den ich mitgeschleift habe und da noch einer und da noch einer und da noch einer gesundheit und da noch einer ja die Kisten liebe ich Boah also wenn er einmal in Gang ist dann hat die Kisten Kisten ich bin drauf Bam Triple Pan und da ist der vierte ja ja ist nicht so einfach wie sie aussieht besonders wenn man hier Mario Kart Extreme spielt aber hat es S S S S S die liefes Nächstes da heißt Buch 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 ein der er hat er Hans doch nicht unsere Helden sie erzählen Hallo Oh zu 6 Prozent sind ja die Hörer Lohr Leibert haben dann ist es gut verlasse das Fahrzeug mit Sicherheit nicht die Begelehrung und hinter uns sind ja auch noch welche er kommt uns auch noch Es ist nur schwer mit so einem eingefärschten Blickfeld. Aber warum sollen wir mit den Lippen fahren? Guck mal nach hinten, ich kann nicht nach hinten gucken. Ich kann schon nicht, ich kann nur zur Seite. Okay, dann warte ich bis er kommt und... Bats! Ich glaub das wars. Jetzt steige ich aus. Lieben gern. So, ich bin ausgestiegen. Oh ja. Oh. Ich hate ihn mit dem Metroniker. Was ist das? Was ist das? Ich bin ausgestiegen. Ich habe etwas Kompassion gezeigt. Ich bin mit dem. Ich bin mit dem. Ich bin mit dem. Ich werde mit dem. Ich habe vielleicht sechs Stunden left. Wahrscheinlich weniger. Aber bis dann, ich kann noch etwas gut machen. Ich kann noch etwas gut machen, richtig? Was will ich das? Jaaa sollst du. Ich bin mit dem. 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 Und wir sollen jetzt den ganzen verdammten Weg wieder zurücklaufen? Achso. Wir sollen die Bergstadt beschützen. So. pack deine stärkste Waffe aus Warte Sagt und getan Ja, sie kommen Nee, das ist nicht meine andere Stärkste Da Aua, ich verkehrte den Schub Du musst aber mehr Wo, 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 wo Lieber treiben aber richtig hier Ja Ja, ich hab extra Feier eingeschmissen Die müssen wir jetzt mal Nee, die rennen Trotzdem Feuer Weg, 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 weg Die rennen alle direkt zu dir Ja, ne? Was haben die mit mir? Ja, weil du Feuer wirst Ich bin viel zu hüpfen die Welt Bei mir kommen direkt die Tusen Ey, was trifft mich denn hier? Okay Die Männer, die Männer kommen zu dir Hihi Achtung, da kommen noch welche Das haben wir vorbeigelaufen Nur die Tusen bleiben bei mir stehen Ich bin stärker Okay Wenn sie es so haben wollen Boah, was hier für Waffen liegen Millikit Was, wirklich jetzt? Wirklich? Würde die paar Dinger hätt ich auch selber dran machen können Oh Paar Dinger? Jetzt wird's lustig Hey Just one more thing My daughter can't stay here What? Soon I won't be in my right mind I don't want to hurt her We'll take her to the lifeguard He can't protect her Not like you can I want you to take her Uh, sorry Bubba No way Hey Is this what you need? Then give me what I need What are you saying, Dad? I'm not going anywhere No, honey, listen to me You have to, honey There's nothing for you here now I'm not leaving you Look, look at me, look at me I love you And this is how I want you to remember me You promised me you'll take care of her She'll come with us Dad, no Dad Go on now And don't you lose hope Live your life I love you My baby gone Now, are you ready? Go on what we need But stay safe Don't take any stupid chances You die out there And the last chance If somebody dies with you Mom always wanted to come back here Oh yes She never got the chance Oh no We settled here after her death The island helped him forget And he poured his heart and soul into it This is where my heart is too So if we're supposed to help someone Let's just do it Good Off track Yes What's then? All set? Let's go I say we check out the church first Anyone still alive would probably go there I would Good Wackers dich Ich fahre So is that Oh, guck mal, hier gibt's Sachen zum sammeln Was denn? Alles Oh, hier, hier, Waffen reparieren Weiß ich, komm schon raus Upgraden hab ich alles Reparieren So Okay, kannst dich reinsetzen Natürlich, guck mal, ob hier noch was ist Super, jetzt seh ich noch weniger What? Kannst was? Jins Lager, das ist die Beifahrerin Wie wär's, wenn du dich hinten reinsetzt? Kannst... Ich bin bei der Lagern Hör? Toll, ich seh voll wenig Tja Jetzt muss ich voll vorsichtig fahren Ich hab das Problem nicht sicht, vorhin Witzig Achja, ich sollte, ich wollte ja Schlösser knacken machen Ja, weil da war nämlich was zum Knacken So, das haben wir gemacht Ich muss noch vorsichtiger fahren, ey, ich seh nix Ich treff denn nicht mal immer die Zombies, ey, ah, da Ah, da Ah, da Das aussieht Ah, ich steh Du guckst dann so komisch nach oben und dann so aus und so, äh, genau so ein Schlitz im Auge hast Ja, ich häng voll an meiner Matschscheibe hier Ich komme und sehe Ja, lass uns hier runter Ja, der hätte wenigstens hier ein etwas größeres Kuckloch machen können Ja Ja Ich lass grad einfach nur rollen Okay Okay Nur hin und wieder mal Gas geben Boah, jetzt knallt die Sonne auch noch, ey, ne, komm hier Ja, da Lass mir mal einen dunklen Park Was war das denn? Ich hab die Tuse nicht Hat der Zombie gerade einen fahren lassen? Hm, weiß ich nicht Frag mal die Tuse, komm mal zurück, frag mal Weiß nicht, ob sie Tuse war, aber das hab ich gerade so voll angehört als würde so ein Luftballon Toll, ich seh nix Akt 2 Erst jetzt Unten steht, da stande Akt 3 Oder ne, Kapitel 3 Schließe Akt 1 ab Will uns das Spiel jetzt verarschen, oder was? Glaub ich auch, Kapitel 5 sind wir jetzt Kapitel? Das ist Akt Jetzt sind wir mitten in der Stadt Oder wie, oder was? Zeig zu Wenn es den gewohnten Stadt hat Ja, wir sind in der Stadt Oh Gott Ach, du Schreiße Oh, okay Hannibal Lecter Ihr wollt mich doch verarschen. Wart mal kurz. Wo ist denn? Warte mal, ist das jetzt ehrlich gesagt, jetzt kommen wir in die Nebenmissionen nicht machen oder was? Ähm. Nö. Wir müssen, ey, jetzt kommen wir gehen da hin und machen diesen Bane-Verschnitt fertig. Lass doch meinen Hannibal Lecter. Help! Help! Hau! Oh! Wieso greift er mich an? Ich hab mich angegriffen. Hey! Shit! Shit! Alter, zu kommen! Ha! Der Molotov hat's ihm gegeben. Ist gut. Nichts Dämonen. Die Gäste sind hier! Oh! Geh mit Mutter Helen. Vielleicht kannst du herausfinden, wie zu silenzieren, diese blästigen Bellen. Okay. Wo ist denn die Mutter? Mutter? Da. Der Leiter hat gesagt, dass du kommst. Einer unserer, verletzt von einem Dämonen. Hier. Schnellreiße. Geh doch zurück. Ja. Hier. Ja. Hey. Läuft ich hin? Da, ja. Hier. Nein. Hier, die Tuse. Reden. Hallo? Kann ich nicht reden? Kann ich nicht? Willst du hier rein? Da, roter Kreis. Ja, dann geh. Kriegst du die Tür heute noch auf? Ist doch offen. Was sagst du denn? Du bist lustig, ey. Du bist lustig, ey. Cool. Endlich bringt der Effekt mal was. Ich hab den Effekt, glaub ich, gar nicht drin. Uh, Bauplan. Giftverteilung. Hab ich jetzt das Messer drin? Ja, meiner zittert nicht so. So. Glocken sind aus. Guck mal, weil ich mich auf dem Meteor, ob ich diese Scheiße drauf habe. Warte. Bleib doch mal stehen. Nö. Hä? So muss das aussehen. Da. Komm, schließ mal den Auftrag mal ab. Danke. Danke. Du hast uns geholfen. Die Demone nearly pushed ihre Weg in die Kirche. Und Frank. Ich denke, dass seine Seine verloren hat. Das ist gut. Das ist ein Schuss. mit alles klar hat was mit dem Dackel an gut bettet mich an aber holt nicht mehr ich gebe heute unter erlauben sie dürfen alle unterbauen es stimmt ich muss weg voll eine Wurst auf dem Alter legen sieht aus ob du dich gerade sind und so ein Ding es da reinsetzt ja ab Verstopfung ich bin kann ich euch die Kappe einholen ne bist so groß wir sehen uns dann beim nächsten Mal wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann diesmal kannst du es mir nicht klauen pfff du leg ich dir nur Wurst hin